Ihr seid ja immer noch da und guckt euch irgendwelche Videos an. Haben euch die ersten drei noch nicht gereicht? Braucht ihr noch mehr Videos, nur um zu begreifen, dass die Lage ernst ist? Nur um zu begreifen, dass ihr selbst was machen könnt? Nee, aber ihr sitzt ja aller Statistik nach wahrscheinlich allein am Computer, dass du etwas machen kannst, hm? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich weiß nicht, ob du schwarz oder weiß bist, männlich, weiblich oder irgendwas dazwischen. Ich will es auch nicht wissen. Aber ich will dich gerne auf der Straße sehen. Für unsere Menschenrechte, für unsere Bürgerrechte, für ein freies Internet. Macht. Bitte, bitte, macht.